Versuch stillzuhalten. Was ist das? Irgendein Projektil. Es durchbohrt dich schneller, als wir es verfolgen können. Es hat einen Eigenantrieb. Genau das habe ich gemeint. Die Lukaner sind raffiniert geworden. Ich weiß nicht, ob ich es rausbekomme. Könntest du nicht wenigstens versuchen, etwas beruhigender zu klingen? Ich werde versuchen, dich nicht zu töten. Nicht trinken, dass es mit der Vorbereitung so etwas stubsaugt. Nein, ich habe mal einen Tief, über Mercedes.